willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und die abzahl sicherlich auch mitbekommen dass es ein kleines entwicklungs update gab das heißt also die entwickler geben schon mal so ein bisschen bekannt was im nächsten kleinen update den kommt also es kommt ja jetzt es kommt ja jetzt keine bahnbrechenden sachen hier rein nach clash of clans sondern er mal wieder so ein bisschen quality of life verbesserung das konntet ihr dann auch mal wieder heute nur sehen entweder habt ihr die glocke bei clash of clans an oder ihr habt den client auf englisch denn im deutschen news gibt es das nicht aber die deutschen spieler werden natürlich auch davon profitieren ich finde es eigentlich ganz gut ich will nur ganz kurz und knapp darauf eingehen denn jeder hat ja so ein bisschen so seine meinung dazu und vor allen dingen was das neue recruiting system angeht global fällt weg also irgendwas muss sich einfallen lassen ich finde allerdings muss ich zu meiner schande gestehen ich finde das ich finde das nicht so gut ich finde das nicht so gut ich mache mal hier nochmal eben den play button und mache jetzt mal kurz einmal die pause ich meine mit den labels hier jeder kennt ja so ein bisschen sein sein profil und viele lesen ja auch das profil wenn jemand in den clan reinkommt oder jemand möchte in den clan rein dann guckst du mal rein ins profil was hatten der schon gemacht hat er alle kobold mission wird gut gespendet und so das ist aber bisher war das nie so wirklich aussagekräftig wenn jetzt jemand noch nicht so viel gespendet hat war vielleicht noch nicht in dem richtigen clan oder so richtig viel spenden konnte oder es gibt ja auch clans da darfst du dann erst ab was weiß ich rathaus 9 spenden weil dann deine truppen so toll sind oder so mit diesen labels hier ich weiß nicht so recht man kann auch vor allen dingen nur drei stück auswählen und da wird sich da werden natürlich alle da wird die gesagt die ganze die ganze welt wird belogen hier bei clash of clans hat immer fast gesagt denn jeder stellt sich natürlich möglichst gut hin ja ich mache immer klar kriege bin immer ganz fleißiger sammler in den clan games und bin auch so ganz weltoffener mensch ich rede viel ich quatsche auch also ich bin voice voice fähig und so weiter all das kann man ja hier so ein bisschen einstellen aber aber halt nur drei eigenschaften die kann man natürlich ändern und wechseln naja ich weiß nicht dieses dieses kassensystem hier ich finde es mal sehen ich finde es auf den ersten blick finde ich nicht so gut weil die richtige kommunikation die geht dadurch ein bisschen verloren und kommt dann erst wenn derjenige im clan ist ja du lädst jemand ein oder jemand bewirbt sich in den oder schmeißt sich auf den markt ich weiß noch nicht genau wie das funktioniert wenn man klar muss ist wie man da so auf den markt geworfen wird und wie man dann auftaucht und dann wirst du eingeladen oder halt du kannst in einen klaren rein und dann stellt sich heraus dem klaren games macht er gar nicht aber auch dem wollen sie ein bisschen nachlichen riegel verschieben das finde ich allerdings ganz gut muss ich sagen ich muss eben mal so ein bisschen an die an die stelle vorspringen hier in dem video denn auch dort gibt es ja so ein bisschen etwas zu sehen was die klaren spieler angeht dass das finde ich sehr sehr gut das ist diese geschichte hier gewesen weil das hält dann das hält das hält die leecher nach wie vor nicht davon ab nur 50 punkte bei den klaren spieler zu machen aber ab einer gewissen höhe der punkte kannst du aus einem tier halt zwei sachen rausholen das finde ich eigentlich ganz gut also da gibt schon ein bisschen mehr dann den ansporn wenn man denn aus einem tier zwei sachen haben möchte dass man auch mal ein bisschen mehr punkte holt als die 50 und dann nach mir die sinnflut und ihr macht den rest ich meine es gibt ja auch eine errungenschaft also ich schaffe die dann manchmal ja auch nicht wirklich aus welchem grund auch immer auch auch ich bin teilweise nicht nicht der super clan clanspiel spieler aber ich mache sie zumindest immer mit hole eigentlich immer ganz anständige punkte mal sehen wie sie es einrichten ab einer gewissen punktzahl ich hoffe nicht dass das jetzt wieder so niedrig ist wisst ihr so was weiß ich ab 300 punkte kannst du dir da zwei sachen aus einem tier aussuchen ich hoffe dass das schon ein bisschen höher ansetzen die schraube und und dort das ganze so ein bisschen vernünftig gezeigt wird aber so super viel gab es dann hier auch nicht klar es gibt natürlich den 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 skin den skelettskin den spielen wir gleich auch ein bisschen weiter dass das war den irgendwann mal haben und hier sieht man im hintergrund dass jetzt auch nichts mehr groß am gameplay geändert wird das liegt natürlich das liegt natürlich an der weltmeisterschaft also die ganze clash of clans welt richtet sich im moment an die an die clans die an der wm teilnehmen und die üben ja jetzt die bauen bases jetzt und da kannst du jetzt da kannst du jetzt nicht großartige updates reinbringen so nach dem motto kanone macht jetzt doppelt so viel schaden und und felsen werfer hat nicht mehr so viel treffer punkte und so weiter und deswegen wird es an der stelle auch überhaupt keine updates geben also es kommt da noch ein bisschen glaube ich zu halloween das wissen wir aber auch dass aber vermutlich ja der königsgeist kommt und ein wenig glaube ich haben sie daran geschraubt dass in der legende wenn du dort eine base aktiviert und dann nur den tesla glaube ich und so anderen andere sachen verstellst dass die downtime nicht so hoch ist dass du die base möglichst schnell wieder benutzen kannst oder das da mit verrücken dieser elemente überhaupt keine downtime mehr da ist aber da lassen wir uns mal überraschen also ich finde es eigentlich naja ich weiß nicht mit diesen recruiting system ist ist mir da so ein bisschen ist ein bisschen komisch aber wir wollen ja hier auch ein bisschen clash of clans spielen und ich muss immer noch ja ich muss immer noch ein paar spielen weil ich das ding immer noch nicht durch habe hier warum auch es kommen ja jetzt erst in ein paar tagen die neuen games hier rein die challenges hier rein und so ein bisschen mache ich natürlich immer so nebenbei also suchen wir mal in der in der dunklen cloud ein wenig ein gegner wo wir ein bisschen was machen können wir müssen glaube ich noch ein paar helden matchen ein paar bogen schützen türme habe ich jetzt eben noch gesehen und möglichst viele sterne in den ersten 60 sekunden das ist das ist schon immer sehr sehr schwierig da muss schon rad aus irgendwo so eine ecke haben dass den ersten stern so machst und aber eher selten bei diesen bases hier die sind dann doch ein bisschen heavy das ganze gestaltet sich dann auch eher schwierig ich brauche kein lot ich brauchen rad aus was so eine ecke steht damit ich in den ersten 60 sekunden wenigstens mein ein stern bekomme lol der bully hier der bully hat echt eine coole hat eine coole base ja aber hat nur ein er hat nur einen bogenschützentürm das ist mir jetzt ein bisschen wenig aber er hat das rathaus da draußen stehen mal sehen ob da nicht noch irgendwo eine überraschung wartet ne so 60 sekunden habe ich jetzt zeit um dieses rad aus zu schaffen beziehungsweise den ersten stern zu packen das habe ich geschafft dann hören wir hier auch auf als das geht nicht so ein kann ich soll kann ich angreifen das hat er in jedem fall gezählt ich habe stehen und ich habe ich habe einen stern und und das ding hier ist weg ne so was so was geht gar nicht also nochmal so den immer mal mit hat hat jetzt ein bisschen gedauert mal wieder ist aber nicht so schlimm wir nehmen hier heute mal unseren felsen werfer mit in der hoffnung dass der uns hier so ein bisschen eine mauer aufmacht oder so dass wir das wäre nicht schlecht dass wir hier mit mit king und queen rein rein gehen können wäre das ganz gut dass die uns da schon mal so ein bisschen den weg richtung rathaus ebnen okay was habe ich da eigentlich drin auch ich habe da ein laverhund drin auch nicht schlecht so wo alt meine queen rum ach queen sag mal wo rennst du hin der magierturm da der war doch viel näher dran warum rennt die immer immer darum okay rathaus ist jetzt schon aktiviert die luftabwehr werden auch ganz schick wenn die weggeht und der bogenschützenturm auch den haben wir in jedem fall und die hat das ja nun jetzt aktiviert dort okay dann passt mal auf leute ich habe hier noch ein bisschen boden bodenpersonal ein wenig bodenpersonal und ein paar drachen dabei ein paar drachen dabei die nehmen jetzt auch und dann soll es hier reingehen in die base und zwar ein bisschen mit feuer wenn es geht jawohl das sieht schon mal gut aus hier haben wir noch ein frost drauf einmal das ding hier gezündet bzw im worten eben einmal gezündet ich habe mal wieder nicht das richtige hinten mit frost belegt der feger muss hier hinten gefrostet werden sonst packen die das nicht aber ich glaube die restlichen lasse ich jetzt außenrum fliegen in der hoffnung dass wir dort vielleicht noch ein bogenschützenturm bekommen das sieht ganz gut aus die machen das dort alter falter den fließen wir nochmal weg und jetzt fliegen die doch noch meine mitte okay naja egal egal wir haben ein bogenschützenturm glaube ich geschafft oder zwei und wir haben das rathaus ich weiß es nicht ob es in 60 sekunden war oder so die spiele sind auch ein bisschen komisch aber nichtsdestotrotz sie sind in jedem fall machbar und mal sehen ob das gezählt hat in den sekunden das waren sogar drei bogenschützentürme das waren drei bogenschützentürme und das hat aber nicht gezählt da oben ist immer noch sieben aber ich habe heute abend mal ein bisschen bock auf clash of cleansing mit dem rathaus zwölfer deswegen buchten wir auch mal ein bisschen und nehmen die armee noch mal nach ich hatte jetzt gerade den 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 verballert den quick train wir noch mal nach und ja ich würde sagen kurze pause für die helden und da machen wir in jedem fall noch ein angriff hier und vielleicht könnt ihr mir mal eure gedanken bezüglich des kleinen updates was er jetzt rauskommt irgendwann ich weiß auch nicht genau wann und reinschreiben in die kommentare ob ihr das wie ihr das findet gerade mit der rekrutierung ist das sinnvoll das so zu machen belügen sich da alle selber weil sie natürlich genau die tollen eigenschaften an hagen diese nicht haben und so weiter also könnt ihr mir unten sehr gerne mal reinschreiben können auch gerne mal wieder über den discord ein bisschen diskutieren also ein bisschen habe ich schon gelesen aber kurzer cut und dann machen wir noch einen angriff so haben wir meine base gefunden ich sonst schaffe ich das sind mit diesen 60 sekunden zeug ja nicht also wenn wir die hier mal fresh in denen mit hier und dann gucken wir mal wie das hier so ein bisschen reingehen kann ja vielleicht sollte man den nun dann auch ganz hinten in der ecke setzen dass er dadurch fliegt so wird das natürlich nix foto aber ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm haben die karriere ausgewählt und dann sitzen wir da mal unseren king direkt in die riesenbombe rein auch nicht schlecht direkt in die riesenbombe rein wunderbar und hier noch ein becker so dann kann das hier erst mal weitergehen und hier kommt unsere karriere jetzt ins spiel ein paar bowler dahinter und unseren worten schnell wieder umgestellt die rennen aber ganz schön weit weg da die rennen aber ganz schön weit weg dort was kommt da raus ach da ist er ist ja jetzt nicht so so der wahnsinn drin ok wo ist meine karre die fährt da immer noch ganz gemütlich durch dann können wir hier glaube ich mal ein gut ziehen und die fährt immer noch dadurch aber die müsste jetzt kaputt gehen dann lassen wir die jemals springen und nehmen die einmal jetzt hier in die pflicht rein was habe ich denn noch so dabei ich habe noch ein paar ein paar von denen ok dann nehmen wir die mal hier hinten hier hinten in der ecke würde ich mal so sagen da ist die luftabwehr weg das passt entschuldigt bitte entschuldigt bitte ich musste gerade mal angreifen ich musste gerade mal angreifen und den hier eben mal weg machen aber das waren jetzt wahrscheinlich das war wahrscheinlich jetzt auch nicht nicht schon wieder ein stern in den in den ersten 60 sekunden da sehr sehr ärgerlich muss ich mal so sagen und die hauen wir noch mal richtig rein hier jawohl so passt das gar nicht alle truppen gesetzt sei es habe ich gleich noch vier magie über ok also so können was machen und so habe ich jetzt in jedem fall glaube ich noch wieder ein spiel ein spielchen gepackt ich gucke mal eben einmal nach train die nehmen wir noch mal komplett nach da hat man eine karre und wir hatten aber vier magier noch über jetzt das ist ein bisschen doof die kann ich hier in dieser armee nicht so gut gebrauchen dann passt das so jetzt wieder jawohl und ich glaube wir haben jetzt auch wieder ein spielchen gemacht denke ich mal was war das die 1000 helden level ok die 1000 helden level und wieder kein egal aber wir ein paar sterne gemacht mit den heilern das war ganz gut und auch wir haben hier ein bisschen mehr freigeschaltet das ding nämlich schon mal mit und den nächsten trainings bus ok die paar punkte schafft man sicherlich auch noch ich hoffe ihr seid auch schon ganz gierig auf den skelett könig hier also ich bin zwar jetzt nicht so gierig dass ich das ganze jetzt vorgeben würde aber mit den nächsten spielen müsste das eigentlich gelingen drei sterne könnte ich noch machen hier sind ja noch 250 450 650 punkte drin und mit 650 punkten land war schon mal ganz schön weit 2600 raum war ok ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen ich will eben noch mal anfordern und luft gut und ihr schreibt mir das bitte in die kommentare was er von einem update haltet also von dieser rekrutierungs geschichte oder aber auch von den klaren spielen dass man da zwei dinge nehmen kann finde ich eigentlich ganz ganz in ordnung mit dieser anderen sache da da lassen da lassen wir uns mal überraschen ob da nicht viel kommunikation dann eben bei clash of clans vorbeigeht oder die leute strömen halt in die clans rein und werden dann natürlich wieder gekickt weil also mal wieder eine falsche angabe gemacht haben oder 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 also wir lassen überraschen vor allem wann das update kommt und ihr habt einen frechen wochenstart bis dahin euer toto löscht